Ihr macht das, ihr habt einen Job, das ist ein Scheißjob, klar. Ihr seid auch nicht die Schuldigen, die Schuldigen sitzen in der Politik. Aber hier zu stehen und dann gar keine Antwort zu haben, das ist halt... Wow, schein Wissen zu zeigen, das ist ja schuldig. Man kann auch Nein sagen, aber das ist immer schwer. Wie fühlt man sich hier? Die beiden hier, jetzt gucken sie nicht mehr hin, die haben auch Weihnachten gefeiert wahrscheinlich. Ne, kein Weihnachten. Nein, na gut, natürlich jetzt alle nicht, keiner hat was zu tun mit Kirche, angeblich christlich. Ne, also... Das sind alle nicht wahrscheinlich, alles Heiden, die beim Mund arbeiten. Das ist ja Quatsch. Habt ihr schon beim Mund auch eine Weihnachtsfeier gemacht vielleicht? Machen die bestimmt auch. Mann, ist das billig. Sucht euch einen anderen Job. So ein Wangerfahrer der Morgen, natürlich wird geil, eine Kirche abzureißen. Ja, es ist schwer, ich sehe nicht, ob die das Wissen geworden werden sollen, ich meine. Aber... 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 Aber...